Miau. Zurück im Chaos der Borderlands. Das ist echt... Also ich habe das Spiel ein bisschen unterschätzt. Ich weiß ja, dass das schon ziemlich heftig einhergeht hier, aber das ist schon eine harte Nummer. Ach, guck mal hier, können wir sogar was verkaufen, steht hier. Echt? Ja, ja, ja. Ah. Oh, moin. Da guck ich doch erstmal hier. Hier auf. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. So stellt man sich seinen Zwischenhändler vor. Okay. Voll voll. Voll voll. Dann habe ich noch keinen neuen Bad-Ass-Rank. Das ist schade. Naja, das kommt später noch. So, ich verkaufe mal ein paar von den kleinen Waffen, die ich eh nicht möchte. Die war auch scheiße. Und die eigentlich auch. Ist das besser? Nein, das ist nicht besser. Ein Splitter von Rheins. Oh. Das sind auch so viele Sitten, die man hier... Ja, ich finde auch generell, dass man sich in dem Menü immer erstmal so ein bisschen eine Weile umgucken muss. Aber dann geht's. Ja. Ich habe einen neuen Bad-Ass-Token. Was? Ja. Was ist die denn? Ui, ui, ui. Dann hast du ja jetzt schon Hunderte. Ich nehme auf jeden Fall Nachladegeschwindigkeit. Die wird mir hier nämlich total zum Verhängnis. Die ganze Zeit schon. Standard-Wandlung. Was ist das denn? Sieht man dann... Also, damit man anders aussieht. Wandler. Mondstein-Wandlung. Wandler-Rezepte. Chef-Koch. Ich meine, hallo. Jetzt auch, glaube ich, nur die Eisspizze dieses Spiels entdecken können. Da ist noch eine ganze Menge mehr. Ja. Und das wird gut. Da ist auf jeden Fall noch viel mehr. Okay. Das nehme ich mal. Das ist geil. Aber wie kann ich den denn... Ach so, warte mal. Ich hole mir gerade mal noch Heilung, damit die endlich mal wieder voll ist. Das war sie, glaube ich, der drei Parts nicht mehr. Oh Gott. Ja, dann hole ich was zu trinken. So, fein. Jetzt fühle ich mich wieder gut. Ui. Ja. Was ist das denn eigentlich? Installieren? Ich mach mal. Hä? Ist was passiert? Das ist das Ding, was du da mal abgeschossen hast. Ah. Ach, das ist für Autos. Hä? Tritt sie ein? Oh, hier. Boah, das wackelt. Auch okay. What? Oh, ja. Komm zurück. Wenn du dabei ein paar Kragons killen willst, ich möchte so eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Raketenkapsel Laser-Modepunkt. Ja. Das sieht doch alles mal wunderschön aus. Ich kann es mir erst angucken, wenn du fertig bist. Ähm, fährst du? Äh, ich weiß nicht. Oh. Doch, du fährst. Komm. Ne, ein. Das habe ich im Falschen. Nein, nein, nein. Wie komme ich wieder runter eigentlich? Mit E. Okay, ich fahre. Du schießt. Hupe mit Y. Wichtigste Taste. Hupe mit Y. Ja. Wow. Oh mein Gott. Wie lenkt der denn nach rechts? Mit der Maus. Ach, mit der Maus. Uhu. Wow. Ich meine, Hilfe. Das ist wunderschön hier. Hast du überlebt? Ich habe mir gerade das Ex-Life-Life gegeben. Sie suchen mich. Ich muss also wunderbar. Ich finde das Stör-Signal, stell es ab und komm wieder auf die Helios. Ich glaube, das müssen wir gar nicht machen, was wir hier gerade tun. Aber das ist trotzdem sehr lustig. Das ist wie bei Command & Conquer. Da habe ich auch immer die ganzen Fußtropen mit dem Panzer einfach nur überfahren, anstatt die abzufeuern. Das ist zwar viel, viel wirtschaftlicher. Oh, das ist gefährlich. Doch, nee, fahr da mal durch. Oh Gott. Komm, mach. Los jetzt. Los. Ich stürze uns in den Tod. Nein. Genau, das ist so. Wirklich. Guck mal hier, die Irren hier. Nein, nicht, 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 Hilfe. Ah. Ich sehe hier nichts. Das gibt nur viel Experience. Das ist voll der lahme Zock. Lass uns mal hier runter, da gibt es mehr. Außerdem ist mir das zu blöd. Du wolltest das doch. Ja, das wird bestimmt nochmal geiler. Aber hier sind ja keine Leute. Das ist langweilig. Das ist mir zu blöd. Hör mal. Hör mal. Hör mal was. Das sieht doch aus, als würde man da durchkommen, oder? Kommt man aber nicht. Das ist ein roter Hering. Tut mir leid, Leute. Das geht nicht. Na gut. Wie kommen wir denn jetzt da rauf? Wirf mich. Aber sag dem Elbe. Das ist alles gerade schon ziemlich... ...nachbrenner. Vielleicht hier so? Wahrscheinlich gibt es da einen ganz einfachen Weg. Ich häng irgendwo dran fest. Oh, ich bin oben. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es selber nicht. Hä? Dass du mich über Captain Thorsons Schicksal informiert hast, Kammerjäger. Dafür gebührt dir mein Respekt. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht. Sobald sie den Colonel über meinen Tod informiert haben, will ich, dass sie mich rächen. Anscheinend stürmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden. Und töten könnten. Moin. Das machen wir doch gern. Wir sind ja für die Drecksarbeit da. Finden und töten. Was ist der Plan? Suchen, töten. Hier gibt es neue Schilde. Scheiße. Jetzt bin ich schon wieder unten. Oh mein Gott. Also, bei mir ist aber auch keins besser. Hier kommt man doch ein bisschen einfacher rauf. Das ist sogar mit... Wie habe ich das genannt? Bückstück, Schatz. Ja, über die bin ich auch gerade hochgekommen. Und ich gehe nochmal in den Sauerstoff. Habe ich das tatsächlich Bückstück-Schanze genannt? Ich weiß nicht mehr, ob es Schanze war, aber auf jeden Fall liegt was mit Bückstück, ja. Na, nicht Bückstück, es war nur Bücken, glaube ich. Nee, da war nur was dabei, aber ich weiß es nicht. Das war nicht mit Stück. Gut. Okay. Wolltest du denn sicher überfahren, oder sollen wir den abknallen? Ja, knall mal ab. Das ist ein bisschen besser. Na? Na? Ah, du kriegst doch eh nix hier. Guck mal hier. Moment. Und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nell? Ich brauche Sauerstoff. Der geht mir hier irgendwie zu schnell, alle. Hast du denn 119 Sauerstoff? Ja, ne? Weiß ich gerade nicht, weil er nicht voll ist. Achso. Ja, wenn man das... Oh, guck mal das. Hier ist Nell. Hallo. Der sieht nett aus. Sagen Sie ihm, er ist ein Arsch. Oh! Was? Captain Thorson sagt, du bist ein Arsch. Tut mir leid, ich brauche Sauerstoff. Ich muss mal eben Nell beleidigen. I gotta go. Äh, was? Das war das. Tut mir leid. Ich würde sie gerne belohnen, aber sie wissen ja, ich bin tot. Was hast du denn gemacht? Danke. Hallo, Mann. Oh, f***. Komm zu den folgenden Koordinaten. Ich habe ihm einfach gesagt, dass er ein Arsch sei. Und er hat sich dann ganz theatralisch auf den Boden gestürzt und Neeeein geschrien. Ja. Atmosphäre vorhanden. Na, gehen wir da mal hin. Ich glaube, das gibt dann so richtig Candy-Überraschungen. Mein Name ist Candy mit K. Die mögen uns hier bestimmt. Das hat so ein bisschen was von Dubstep, das Ding, ne? Ja. Irgendwelche Fahrzeuge in Star Wars klangen auch so. Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Boah. Naja. Beide nicht besser. Müssen wir da jetzt oben drauf, oder? Ich meine, wir können es ja mal versuchen, aber... Ja, mir wird es nicht angezeigt. Von daher kann ich es dir nicht sagen. Jetzt wird es mir angezeigt. Warum hast du? Hä? Du hast irgendwas eingesammelt. Ich kann... Ach so, hier ist es. Ah. Schnapp dir deine Beute. Ach, mit dem Skin sogar. Das ist ja wunderschön. Bis ich sie dir wieder abnehme. Joa, dann bedien dich mal. Ist leider nichts besser als die Waffen, die ich gerade habe. Na, nehmen wir aber trotzdem. Kann man ja schön verkaufen mit solche. Vielleicht brauchen wir den Mannis hier irgendwann sogar nochmal. Das kann schon sein. Ich brauche... Oh Gott, ich brauche dringend Sauerstoff. Äh? Wo war der denn? Warum hast du denn nie Sauerstoffmangel? Ich habe Sauerstoffmangel. Und zwar wie doof. Ich muss jetzt hier wieder zurück in die Koppel. Sonst mache ich hier gleich ein ganz langsames Abenteuer. Oh, auf sechs. Uiuiuiuiui. Das war knapp. Hole das Orbatron. Wird hier oben immer noch eine Quest angezeigt. Wo oben? Auf der Karte nördlich. Ich habe mich jetzt nicht... Nein, 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 nein! Scheiße. Oh. Ich sehe nur dein Armschild wieder so ganz langsam. Überziehe die Wände mit Optimismus. Ist das optional? Ja. Das hatten wir doch schon gemacht. Ne. Das waren die Plakate. Aber das müssen wir... Stimmt, das müssen wir noch abgeben. Aber ich weiß nicht wo. Ja, am Anfang bei ihr wieder. Ja, bestimmt. Genau so ist es. Äh, nee, nicht I, sondern M. Uiuiuiui. Das ist ja alles ein bisschen komplizierter. Sollen wir Auto fahren? Willst du jetzt wieder Auto fahren? Ja, natürlich. Soll ich mal fahren? Ach, wie du willst. Okay. Und los geht's. Ne, nein, warte, warte, warte. Ich wutsch mal runter. Tada. So, sind wir bereit? Jawoll. Wo müssen wir denn hin? Lese. Okay. Hier so durch das Tor. Uhu. Gerade lang. Das ist ein dicker. Wenn er so ein dickes Auto hier aufhalten kann. Alter. PS unter dem Wurst. Wuhu. Wut. Oh Gott. Ah. Was tut du? Ich kenne den. Was ist das? Ich kenne den Mausteiger gar nicht. Ich glaube, da ist ein Reifen geplatzt. Achtung, oh nein. Oh, da ist so eine gute Versicherung abgeschlossen. Das war immer fast so lustig, wie wenn du bei mir im Auto mitgefahren bist, ne? Ja. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Böng. So, sind wir alles jetzt? Haben wir geschafft? Ja. Perfekt. Haben wir eigentlich Sauerstoff in dem Ding? Ja. Ratsitit. Ratsititit. Ratsitit. 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 Submachine Guns. Oh. Jetzt mal hier Sauerstoff. Geil, mit dem Auto sind wir da. In dem Ding hat man so unendlich, meine ich. Oh. Ja, ja, ja. Du bist so schnell. Ich sehe gar nichts. Die müssen wir ja auch nicht töten, oder wie war das? Ja, nein. Das war ja einfach mal ganz grob da in Richtung Karo. Ja, aber fahr nicht in irgendwelche Grate. Oh, moin. Du meinst, ich kann nicht Auto fahren. Das habe ich nie gesagt. Ja, ja. Das habe ich nie gesagt. Du, Leute, ich bei Erdogan. Der hat mir das beigebracht. Seitdem. Dankeschön. Sie ist doch eine richtige Poetin, kann das sein? Ja, ein bisschen. Herz aus Gold. So, wie man sich das vorstellt. So, dann. Warum sagst du mir das? Warum sagst du mir das? Was ist das denn für ein wölkiges Toll? Okay. Nimmst du die beiden an? Ja, hab. Feuerwaffen sind sehr effektiv gegen Fleischbrauchung, zum Entzünden ihrer Zeile aber ausreichend Luft. Ah. Das ist ja richtig physikalisch hier. Hol Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Frage. Belastet dich dein vieles Geld. Oho. Belastet. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich das noch ein bisschen geiler finde, was ich hier so habe. Aber, kurz entschlossen, nein, finde ich nicht geiler. Was ist das denn, Anpassung, Bluterguss, Laubminger, Skin-Anpassung. Ja, das kannst du verwenden und dann hast du den Skin freigeschaltet. Irgendwann kann man die, glaube ich, noch ändern. Und dann ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Ah, die sind alle relativ schlecht vom Schaden her. Geld oder Leben? Guckst gar nicht. Hallo, du wirst gerade ausgeraubt. Was? Von mir. Warum? Ich war hier doch gerade am Verkaufen. Warte mal langsam. Ich wollte dich einfach mal ausrauben. So, dann fahr jedem noch eine Runde mit dem Auto. Sag mal, wenn du vorbeikommst. So. Mach doch mal, hallo? Läuft bei dir. Ja. Das ist schön. Aber hier drin ist doch noch was für eine Quest. Lunara, hau du aus, Fluch. Ich versuche das Ding umzudrehen. Das geht bestimmt irgendwie. Hallo. Wieder da. Ja, es muss despawnen. Siehst du mal, ich habe es kaputt gemacht. Hier sind zwei Schilde. Möchtest du einen davon haben? Nein, aber ich möchte wieder raus. Ja, ich möchte rein. Das ist ja wie im Bus hier. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Willst du es tatsächlich nicht haben? Es ist bei mir nur rot angezeigt. Leider habe ich die Kombination von meinem Safe vergessen. Echt? Jetzt müsst du ihn eben auf die witzige Art. Der Schild ist dein Dietrich. Was? Äh, okay. Sollen wir das mal einfach machen? Jo. Wo ist denn das Schild? Muss das denn weiter weg? Ja, ist ein weiter Weg. Das fahren wir mit dem Auto. Aber diesmal bin ich hinten. Mein Platz im Auto ist hinten. Wir machen das aber erst morgen, Kneppo. Du hast ja auch geil geparkt, dass ich hier wieder rausfahren darf. Ja, so haben wir es gern. Ich wurde eingeparkt. Ich habe da nichts für. Leute. Roadtrip. Und zwar morgen. Bis dann. Bis dann.